Du, guck mal, was das für ein Fleck ist. Guck mal. Ich wollte es nur festhalten, weil du so italienisch. Wir schaffen das. So, ne? Also wenn ich hier eine lange Längsstrebe habe und das so ein langer Balken ist, dass der hier, nicht, hier kann man es besser zwingen, dass das so zerreißt. Hier ist die Faser, dass das nicht in der Längsrichtung zerreißt. Hallo. Hi. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind Anja und Ilan und haben mal wieder ein bisschen Material vorbereitet. Ein paar Tabellen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir vergleichen nämlich heute einige Materialien für unseren Innenausbau und ganz wichtig und ganz vorne dabei ist natürlich mal wieder das Gewicht. Welche Materialien das sind und welche Vergleiche wir so aufgestellt haben und was uns wichtig ist, das erfahrt ihr heute. Wie wir das in der letzten Woche ja auch schon angerissen haben, haben wir uns seit Wochen eigentlich schon mit verschiedensten Materialien auseinandergesetzt geguckt. Welche sind besonders leicht, aber auch stabil. Wir haben ja unser Haus von vornherein so geplant, dass wir es regelmäßig bewegen können, denn das ist unser Traum, das ist unser Plan und möchten einfach sicher gehen, wo wir so viel Kraft, Zeit und auch Geld investieren, dass das Haus den Erschütterungen standhalten kann. Nicht nur im Grundgerüst, sondern auch im Innenausbau. Und trotzdem nicht viel wiegt. Wir haben eine Tabelle zusammengestellt, die würde allerdings heute den Rahmen sprengen, also haben wir die nochmal abgespeckt und für uns die interessantesten Materialien einfach mit reingepackt, auch mit den gängigsten Hölzern. Möchten euch zunächst natürlich erstmal auch ein bisschen was erzählen über Hölzer allgemein. Für uns war es eigentlich ein recht neues Thema auch. Und vorab ist auch ganz wichtig, wir haben verschiedenste Quellen, die wir wie immer in die Infobox unten packen. Wir können nicht garantieren, dass das alles richtig ist. Seht es als Richtwerte, als Inspiration. Und wir freuen uns natürlich von allen Holzkennern und Erfahrenen, wenn ihr Werte korrigiert, wenn sie fernab der Realität sind, was wir natürlich nicht hoffen. Es gibt rund 25.000 Holzarten auf der Welt. Davon werden wohl 600 bis 800 verschiedene gehandelt. Und das bedeutet, es gibt nicht das perfekte Holz für alles. Jedes Holz hat seine spezifischen Eigenschaften. Das schon mal vorab. So hat man beispielsweise einmal die Laubhölzer und einmal die Nadelhölzer. Zu den Laubhölzern gehören beispielsweise die Buche, Eiche, Esche, Edelkastanie. Und da sagt man, dass sie schwerer und fester sind und sich eigentlich ganz gut für den Innausbau und im Möbelbereich eignen. Bei den Nadelhölzern, das wären beispielsweise die Fichte, Tanne, Lerche, Kiefer, Douglasie, dass diese eine lange Lebensdauer haben, einen geraden Wuchs und geringe Dichte und sich daher auch ganz gut als Bauholz eignen. Dann gibt es noch die Tropenhölzer. Tropische Bäume wachsen ja allgemein in einem konstant warmen, feuchten Klima, sind langlebiger und dauerhaft, von Natur aus sehr resistent und haben eine sehr hohe Lebenserwartung unter hohen Anforderungen. Wir haben jetzt drei Tropenhölzer mit aufgenommen. Einmal Palovnia oder auch Kiri genannt, Okume und Baisa. Die gehören jetzt natürlich nicht gerade zu den resistentesten ihrer Art, aber wir haben sie natürlich mit aufgenommen, weil sie sehr leicht sind. Dann gibt es natürlich aus Holz noch verschiedene Werkstoffe, die vor allem meistens günstiger sind und auch gerne für Konstruktionen im Innenausbau verwendet werden. Die wollen wir euch nicht vorenthalten. Es gibt natürlich auch wieder viel mehr, als wir jetzt erwähnen. Das waren aber die, die uns so ein bisschen was gesagt haben, mehr und weniger. Zum einen wären da das Vollholz, klar. Einmal das BSH, Brettschichtholz oder KVH-Konstruktionsvollholz. Das haben wir bei uns im Haus auch für das Ständerwerk verwendet. Massivholzplatten auch. Massivholzplatten auch. Einmal Holzplatten, also. Grundsätzlich für Wand- und Deckenverkleidung oder dann eben wie bei dem BSH oder Konstruktionsvollholz für Trägerwerke oder ähnliches. Für den Möbelbau gibt es dann auch Furnierwerkstoffe, entweder Sperrholz oder Furnierschichtholz, heißt es, glaube ich. Furnierschichtholz. Ja, genau, Furnierschichtholz. Also gerade Sperrholz hatte uns da jetzt was gesagt, war ein längiger Begriff. Weiter geht es mit Spanwerkstoffen, wie Spanplatte oder OSB-Platten. Die sind natürlich viel zu schwer. Die sind sehr schwer, das zeigen wir euch gleich in der Tabelle. Die erwähnen sie trotzdem, weil nicht jeder muss aufs Gewicht achten wie wir. Genau, und sie sind einfach günstig und wir haben online auch total viele Bauanleitungen, gerade jetzt während wir unser Küchenbordest planen, mit OSB-Platten gefunden. Dann gibt es noch Faserwerkstoffe wie MDF-Platten und zu guter Letzt, jetzt gucke ich gerade mal drauf, Verbundwerkstoffe. Genau, wie die Tischlerplatte, die wird auch gerne mal verwendet für den Innenausbau oder für Möbel. Da haben wir jetzt selbst aber noch keine Erfahrung mit. Es gibt aber natürlich auch noch weitere Werkstoffe und neueste Innovationen, das ist auch super spannend. Grundsätzlich gibt es ja diese Art von Sandwich-Elementen. Wir blenden das parallel mal ein, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Das Ganze besteht immer aus einer Decklage, zum Beispiel als Holzspannplatten. Und dann gibt es noch die leichte Füllung, die dann entweder aus Wabenwell oder Höckerkern besteht, die dann meistens aus recyceltem Pappkarton oder ähnlichem. Das macht diese Leichtigkeit aus. Eigentlich total schön, wenn Materialien recycelt werden. Ich glaube, früher gab es auch immer mal Probleme mit Giftstoffen, heute jetzt wohl nicht mehr so. Also da einfach auf eine gute Qualität achten. Aber man kann enorm sparen und diese Luftlöcher natürlich auch toll für Leitungen oder ähnliches verwenden. Wir haben ja einmal die Rohdichte. Das ist eigentlich im Grunde das Rohgewicht, wenn man so will. Eigentlich eine der wichtigsten Eigenschaften für uns, da sie fast alle Eigenschaften beeinflusst. Die Festigkeit und die Wärmeleitfähigkeit. Wir fanden es total beeindruckend, dass es nicht nur weltweit so viele verschiedene Hölzer gibt, sondern dass die Gewichte auch so unterschiedlich sind. Also von 100 Kilo pro Kubik bis hin zu 1200. Dann haben wir noch die Druckfestigkeit, also den Widerstand eigentlich. Wie viel Widerstand leistet das Holz, wenn Druck oben raufkommt oder wenn es Druck ausgesetzt wird. Wichtig für Konstruktion natürlich, wie Gerüste, Pfosten, Stuhl oder ganz einfache Tischbeine. Je kürzer der Körper, desto höher die Druckfestigkeit. Das macht auch Sinn für uns. Ja, eigentlich schon. Klar, dass bei einem kurzen Stück, dass sich das Holz nicht so durchbiegt, wie bei einem ganz langen Stück, wo es dann in der Mitte natürlich... Und je höher die Holzfeuchte, desto geringer die Druckfestigkeit. Das macht dann auch Sinn. Also vor allem, ja, macht das alles Sinn. Das ist gut. Dann noch die Zugfestigkeit, also den Widerstand gegen das Zerreißen der Faser des Holzes. Im Prinzip total wichtig, wenn man mit langen Streben arbeitet und guckt, dass es entsprechend stabil ist oder der Widerstand ausreicht. Nicht, dass es in der Faser längst durchreißt. Dann haben wir noch die Biegefestigkeit oder die Tragkraft. Das ist quasi der Widerstand, den das Holz seiner Durchbiegung oder Abbrechen entgegensetzt. Und dann kommen noch separat unten die Holzwerkstoffe, aber nicht in all den Eigenschaften. Da müssen wir vorab sagen, das haben wir nicht zusammentragen können, weil gerade die Verbundwerkstoffe ja aus unterschiedlichsten Materialien bestehen und man da so eine große Spanne hat. Das ist schwierig, ja. Wenn ihr da eine gute Quelle habt, wenn man das doch pauschaler sagen kann, dann freuen wir uns total über einen Kommentar. Wir haben natürlich erstmal geguckt, was ist denn jetzt am leichtesten. Das ist ja das, was wir eigentlich verbauen möchten. Gerade vorne in unserer Küche. Balser Sperrholz. Balser Sperrholz. Dann haben wir uns so ein bisschen über Balser Sperrholz erkundigt. Dann haben wir zum einen die Druckfestigkeit, Zugfestigkeit, Biegefestigkeit und merken relativ schnell, nein. Für den Modellbau ja, für die Küche nein, nicht für unsere Küche jedenfalls. Die Druckfestigkeit bei Parlovnia ist jetzt nicht sehr viel höher. Ja, also das Verhältnis von Stabilität zu Gewicht hat uns eigentlich ganz gut gefallen bei Parlovnia. Deshalb ist es auf jeden Fall noch im Rennen. Dann ist noch markiert die Fichte. Klar, die Fichte ist für uns auch spannend. Unser Ständerwerk besteht aus Fichte. Wir wissen, dass es ein sehr, sehr stabiles Holz ist und wir einfach nur überlegen müssen, wie können wir das gezielt einsetzen. Weil es in der Summe, gerade auch wenn wir an unser Küchenpodest denken, trotzdem zu schwer sein wird. Und man eben gucken muss, welche Materialien sind ausreichend stabil, dass wir es bauen können. Nicht, dass wir es überdimensionieren und somit an Gewicht einbußen müssen. Wir haben nämlich dann nur noch in einer ähnlichen Gewichtsklasse die Verbundwerkstoffe, wie beispielsweise Gleisochor. Wir haben so ein bisschen Sorge, dass es dann doch zu sehr in die Caravan-Richtung geht und die Küche dann doch zu leicht wird irgendwie von der Haptik, vom Gefühl. Obwohl wir auch gelesen haben, dass gerade bei diesen Verbundwerkstoffen die Druckfestigkeit eigentlich steigt. Dadurch, dass ja alle Qualitäten miteinander verknüpft werden. Ja, also nochmal zusammenfassend, die Hölzer, die für uns im Fokus stehen, sind einmal Palovnia, Fichte und auch ein Verbundwerkstoff. Weil wir jetzt auch einige Zeit über die Hölzer selbst gesprochen haben, möchten wir nochmal ganz kurz auf die Vor- und Nachteile von den Holzwerkstoffen eingehen. Die Vorteile von einem Holzwerkstoff sind die große Homogenität, eine höhere Tragfähigkeit im Vergleich zum Massivholz jedenfalls. Es verzieht sich weniger, zusätzlich schwinden und fällen Holzwerkstoffe in der Regel deutlich weniger als Massivhölzer. Man ist relativ flexibel in den Maßen und sie sind günstiger. Die Nachteile von Holzwerkstoffen sind, dass man da schon auf hohe Qualität achten sollte. Und preisgünstige Böbel aus Spanplatten beispielsweise lassen sich oft nur einmal aufbauen. Unser Haus ist permanent in Bewegung. Es ist eine stärkere Belastung und wenn wir davon ausgehen, dass dann vielleicht die Schraube nicht so gut sitzt oder wenn sie sich einmal löst, sich nicht mehr gut reinsetzen lässt oder man entsprechend erst die Schraube rausholen muss mit irgendeinem anderen Stoff oder Kleber oder Kit auffüllen muss, um die Schraube überhaupt wieder ins Material setzen zu können, haben wir uns einfach die Frage gestellt, macht das Sinn oder gehen wir dann nicht vielleicht direkt auf ein Massivholz? Obwohl man auch da drauf achten muss, wie beispielsweise beim Palovnia-Holz, ob die Schraube auch wirklich hält. Das haben wir nicht wirklich herausfinden können. Das wird sich dann tatsächlich zeigen. Ja. Was wir natürlich versuchen, wenn wir uns für ein Material oder Materialien entschieden haben, erstmal zu ermitteln, wie viel Holz brauchen wir ungefähr. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, sodass wir dann im besten Fall den größten Schwung einmal liefern lassen können. Dann hat man nicht so viele Transportkosten. Wir können uns vielleicht ja in der Summe auch ein bisschen Geld einsparen und haben im besten Fall auch die bessere Qualität, als wenn wir alles separat im Baumarkt kaufen würden. Wir haben noch nichts Konkretes, wie gesagt. Wir sind jetzt noch dran und dann werden wir auch schauen, was wir dafür bezahlen müssen. Sicherlich spielt das auch eine wichtige Rolle. Ja, wir haben mal wieder genug von Tabellen jetzt. Ihr vielleicht auch. Ich denke mal, das reicht und wir hoffen, dass euch das Video trotzdem auch in eurer Entscheidung für das passende Holz helfen konnte. Und nächste Woche werden wir euch vielleicht den ersten Entwurf unseres Podests mal vorstellen. Das kommt darauf an, wie gut wir jetzt noch vorankommen mit der Planung. Wir müssen nämlich vorankommen, damit wir endlich unsere Holzbestellung aufgeben können. Ansonsten abonniert gerne den Kanal, wenn ihr erfahren wollt, wie es hier weitergeht. Bis nächste Woche. Au revoir. 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 Vielen Dank.